Bernie und Erd Heute Schulden Ja, 20.000 Euro hier, 30.000 Euro da. Ich glaube, das ist die beste Lösung. Hoffentlich zahlt wenigstens die Lebensversicherung. Dann hat Bernie noch ein anständiges Leben. Hallo Erd, na alte Sohle, wie sieht's aus? Nee, Mann, Vorsicht, beinahe wäre ich vom Stuhl gefallen. Ah, ich seh schon, du hast wieder super Laune, Erd. Ach, leck mich. Guck mal, Erd, ich hab vorgestern Lotto gespielt. Na super, wir haben den Arsch voller Schulden und du kaufst von unserem letzten Geld so ein beschissenes Los. Weißt du überhaupt, wie gering die Chancen sind, dass man beim Lotto was gewinnt? Keine Ahnung, Erd, ich hab jedenfalls gewonnen. Was? Sex-Richtige mit Superzahl. Was? 12 Millionen Euro. Was? Nein, was sagst du dazu? Hast du jetzt bessere Laune? Aber, Bernie, das ist ja... Bernie, wir sind reich. Bernie, das ist ja super. Hey, du stehst auf meinen Lieblingsstuhl. Wie? Das ist mein Stuhl. Wie? Jetzt, wenn wir reich sind, kannst du dir selber einen Stuhl kaufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017